Jetzt sind wir wieder in Quizzaland, und heute ist Episode 2 und heute ist mein Gegner Liridon B. Richard. Du bist hier in der Schweiz geboren. Du bist auch in der Schweiz in der Schule und so. Also du hast alle diese Ausdrücke wahrscheinlich mal gelernt oder mal gehört zumindest. Also ich denke, du bist nicht komplett chancefrei. Nein, ich denke wirklich. Also gut, dann schauen wir mal. Okay, dann starte mal. Ja, gerne. Wenn jemand sagt, das ist mir Apfelheit, was bedeutet das? Es ist mir in die Hose gegangen. Korrekt. Die Liridon, weißt du, du musst schon schnell sein. Es geht um die Schirke. Ja, okay, gut. Was macht jemand, der ihr letztes sieht? Äh, 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 traurig schauen. Korrekt. Alles heisst, ja? Ja. Es geht auf 4. Ja. Je nachdem. Aha, nicht mehr geworden. Was macht jemand aufs Häuslingwand? Was macht jemand aufs Häusling? Er geht aufs Häusling. Er geht aufs Häusling. Also er geht aufs Häusling. Er geht aufs Häusling. Kacken. Kacken aufs Häusling. Ja, ja. Also aufs Häusling. Also aufs Häusling. Was macht jemand, der du zu werden weiss? Er tut, äh, etwas, äh. Er tut, äh, etwas spekulieren. Okay. Okay. Ich denke, da können wir Geld erlassen. 2-1 verliere ich dann, oder? Yes. Gut. Was ist ein Mannökeli? Ich nehme an, es ist so ein wenig das Lego-Männchen zum Beispiel, um einen Mann zu gucken. Eine Spielfigur? Eine Spielfigur, ja. 2-2. Was macht ein Brot mit Gageli? Hin und her, Schaukel. 1-2. 2-2. 2-2. 3-2. 3-2. Das müssen wir doch gleich verlängern. Was tut jemand, der hat sich geüssen? Schreien. Richtig. Gerhard. Jetzt musst du heissen, du. Du musst halt schnell sein. Du weißt, du musst schnell sein, du musst gerade am Schiff. Ja, okay. Jetzt, äh, das ist eines der schwierigen Wörter. Aha. Ähm, was ist er? Kremenzosch? Kremenzosch oder Kedenzosch? Kremenzosch. Ich probiere. Ein Krematorium? Hat es mit dem zu tun? Nein. Dann weiss ich es nicht. Sehr indirekt. Es wäre der Alkoholrausch. Er hatte einen Kemenzer. Kaper. Nein. Kremenzosch ist gleich Alkoholrausch. Ah, das müssen wir lösen Sie. Aha. Wenn Sie wissen, okay. Ja gut. So, jetzt sind wir schon beim Letzten. Ja. Was ist eine Käpschenpistole? Eine Kugelkämpistole. Bitte? Eine Kugelkämpistole. Nicht ganz. Spielzeugpistole. Also die, die so Bam Bam macht. Bam Bam. Ja. Ja. Die Bede ist nur noch. Ich will Software oder so. Das ist jetzt klare. Okay. Spielzeugpistole. Genau. Aber da haben wir sie nicht gemacht. So. Wie hat der Lehrerin Grunau? Jetzt? Gratuliere. Einfach. Sehr gut. Also... najain. Arrrrrrrrrrr ... Arrrrrrrrrr!!! Arrrrrrrrrrrr. Arrrrrrrrrrr Vielen Dank.